Bist du der Schnellmusik, weißt du? Ja, das ist der Schnellmusik, weißt du? Hey, es fällt alles auseinander! Jaaa! Und mehr! Das ist Mikado gewesen, glaube ich. So, ja! Ich hab dich auch schon wieder verwirrt. Unglaub, was machen, Johnny? Du musst uns ganz noch Fotos machen, ne? Ja, bei der Homepage. Du musst näher zurückzumachen. Ja, ja, reinhauen gleich. Das ist dein Feuerfeld. Aber ich will jetzt schnell hinladen. Aber ich will jetzt schnell hinladen. 25,30. Der hält's echt lang. Das ist sowieso die 2er. Die hält noch länger als die 3er. Das bringt das schneller. Oh, schon verbrannt da unten. Oh. Zu heiß. Nein, nein, passt schon, passt schon, was machst du? Stell's rauf. Oh, dann hast du keinen Halt mehr. Hahahaha Du brauchst einen Latexhandschuh, ich hab was. Latex? Ja. Boah, darauf stehst du. Das ist geil, ja. Hupo-Hack! Huuu-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau. Die Würsteln. Das kann man nie mehr essen. Zum Glück, wann das nicht meine. Zum Glück habe ich es auf Kamera. Beweis. Jetzt fahren wir aber weg. Habt ihr Teller oder so? Ah ja, Teller. Aber nur ein paar. Mach alles auf. Mach alles auf. Mike hat schon Hunger. Nein, ich muss nicht. Ich habe noch ein Bier. Was ist das? Was? Das ist nur ein Stück vom Schieger und Speck. Das ist normal, ja. Das ist von, weißt du, Waring, da liegt schon bei. Die Arignaner. In Kruste, oder? Du bist ein Tanker. Das ist ja klingend. Das ist ja klingend. Das geht aber um sich auch schon. Es 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 geht aber um sich auch schon. Ist doch alles schon fertig. Ja. Wollst du die zweite Ladung haben? Was ist so in das Brot? Dann nehmen wir die Kleinen, oder? Die Kleinen. Das geht schneller. Die Eschen. Das ist kein Brot. Das ist ein Knäckebrot. Hallo. Na servas. Hallo. Alles klar, alles klar, alles klar. Wo hat sie den Teller? Der ist hinter dir. Ihr habt einen verschiedenen Spänker. Du bist eine Hero 3, mit Angst vor dem Kopf. Ich hab's nicht damit. Aber ich brauch Dingsda. Ich war bis jetzt... ...zu beschäftigen. Ja, ne, das ist ja... Aber dann kommen wir in Kugeln und in Kugeln. Hä? In Kugeln. Ich denk... Kübel gerade. Ja, Kü... In Kugeln. Ich bin nicht gewohnt. Das wird schon. Das wird schon. Das nimmt Zeit, er braucht seine Ruhe. Wo hin, bitte? Ja, er braucht seine Ruhe. Wo ist es mit? Stellst du dich auch hin? Wer ich? Stell mich auch hin. Warte so. Warte so. Warte, warte, warte. Warte. Guck mich wieder an. Okay. Boah. 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 Willkommen zurück. Nein, ruft mich einfach an. Ruft! Ruft mich auf einen Ende an! Ja! Warte kurz. Jetzt haben wir Hüßel wir uns schon. Tschüss! Tschüss! Ich hab den Knopf nur zu drücken. Wir drücken eh die ganze Zeit vom Video. Du brauchst wieder Videos. Danke! War der Blitz? Super, danke dir! Wunderbar! Danke! Das war's schon! Jetzt gehen wir nach Hause gehen, gell? Wir wollen noch mehr Fotos. Ja, wenn wir dann. Das müsst ihr uns zeigen, wie ihr seht draußen. Wie früh es reicht ein Hopper? Wir brauchen nicht das so hoch. Ja. Wenn wir fertig treffen. Hero 3. Großer Bruder. Ein kleiner Bruder. Der Lunge Bruder. Aber der Teure. Wir sagen wir uns gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wie sind wir? Jetzt ist alles da. Auf! Alles was braucht.